Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock, Pro Cycling Manager 2024 zum Saisonstart. Zweite Saison, nicht mehr mit dem Team Vardiani, wir haben den Sponsor gewechselt. Hier einmal ein kleiner Blick auf das Team, hatte ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, zu Ende des letzten Videos. Wir haben diese Leute hier für die Berge, hauptsächlich Italiener. Belisari, Zambanini haben wir dazu geholt, quasi als Edelhelfer. Robbe Dondt als belgisches Nachwuchstalent. Max Schachmann vor allem für die Hügel und auch der Einzige, der sich Zeitfahrer nennen dürfte oder der das kann. Der deutsche Sprint- und KSP-Bereich haben wir Timo Kielig dazu bekommen, um mal so ein paar Namen zu nennen. Ja, was hat sich sponsoren-technisch getan? Hier habt ihr nochmal die Übersicht, das ist jetzt für die zweite und die dritte Season unser Team. Also Vardes Banking, Belgisch und Fifi-Sima Italienisch. Das sind die Sponsoren-Ziele und ich kann euch schon mal sagen, selbst wenn die Ziele hier für die World Tour nur sind, eine Wildcard zu erhalten. Was Wildcards angeht, bin ich leider ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Also wir haben weniger gekriegt, als ich eigentlich gerne gehabt hätte. Natürlich Belgisch, ja, müssen wir auch an Rennen teilnehmen, aber zum Beispiel die Lombardei-Rundfahrt, sowie auch beide anderen Adennen-Klassiker, Amstel und Flash, für die haben wir alle keinen Wildcard gekriegt. Das war eigentlich der Plan, Max Schachmann darauf anzusetzen. Ich dachte, ja gut, als jetzt belgisches Team, zumindest teilweise, zweitliges hin oder her, kommen wir vielleicht nicht bei allem unter, aber ein bisschen was. Nö. Das heißt, das hat jetzt auch meine ganze Planung ein bisschen ruiniert. Folglich schauen wir uns doch mal gemeinsam den Kalender an. Also ganz am Anfang, hier waren ein paar Vorbereitungsrennen, zeige ich euch gleich mal die Ergebnisse. Mallorca, Saudi-Tour, Tour of Oman und so weiter. Sind wir gefahren, habe ich simuliert. Da haben wir auch sogar ein bisschen Erfolge feiern können. Dann geht es jetzt mit der UAE-Tour los. Da sind wir dieses Jahr am Start. Wir haben Strade, wir haben Trofeo La Guiglia, dann natürlich hier Giro Adriatico, also Tireno Adriatico, Mailand Sanremo, ein paar KSP, beziehungsweise Flandern-Klassiker, also Panne, Flandern-Rundfahrt und so weiter. Alle Wildcards sind auch noch nicht ganz raus, aber das meiste, also Roubaix ist zum Beispiel auch dabei, wie ihr jetzt hier seht. Und ja, für die Ponschöre bleibt da nichts. Ich meine Katalonien und oder Baskenland, vor allem auf Baskenland setze ich hier auch noch hoffentlich für Schachmann. Weiß ich noch nicht, ob wir da dabei sind, aber bei den Adenen-Klassikern auf jeden Fall nicht. Und natürlich dann den Giro, das ist so unser großes Highlight. Darauf habe ich hier auch natürlich Pellissari angesetzt mit Zambanini und so ein paar anderen Kletterer-Helfern in dem Squad. Ich versuche Sun und Shallow so ein bisschen aufzuteilen zwischen Sprints jetzt bei UAE, Tireno, aber auch MSR und danach natürlich dann den Giro. Über den Sommer geht er so Meisterschaften und unterklassige Touren und im Herbst möchte ich auch gerne bei der Vuelta teilnehmen. Da stehen auch die Wildcats noch aus, aber ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht und danach dann Spätherbst gehen wir natürlich wieder in Richtung Lombardei mit so italienischen Klassikern. Das ist mal so der Fahrplan für diese Season. Hier seht ihr ein paar Ergebnisse. Auf Mallorca waren wir auch unterwegs, nicht großartig was Nennenswertes gerissen. Bei der Tour Down Under waren wir nicht dabei. Wo wir dabei waren und auch was gerissen haben, ist die Tour auf Saudi Arabia. Da hat Sun und Shallow die erste Etappe im Sprint gewonnen und auch die fünfte Etappe im Sprint gewonnen. Gesamtwertungstechnisch nicht der Rede wert, aber zwei Sprints gewonnen und GP von Marseille, den hat Giulio Pelissari hier eingefahren. Also das heißt, wir haben schon drei Wins in den ersten Rennen mit unserem Team hier verbuchen können. Aber auch da hört es nicht auf. Muscat Race war nicht gewonnen, aber Pelissari auf Platz 3 hinter Simon Yates und Emo Buchmann fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe übrigens ein bisschen was ins Team investiert. Wir haben ja ein paar Leute geholt, die auch schon so Upgrades mitgebracht haben, wie zum Beispiel Germani und so weiter. Aber hier seht ihr mal, in Pelissari habe ich so ziemlich alles reingesteckt. Aber auch Sun und Shallow ein bisschen hier, Höchstleistungsreifen, ein bisschen was. Auch auf Zeitfahren, Kielich hatte das auch schon. Aber Hochleistungsreifen für Schachy und Kielich, auch dass die da nochmal ein bisschen gepusht werden. Zeitfahren auf Zambanini, weil auch der kann das gebrauchen und ist vielleicht so unser Backup-Leader für einen Giro hinter Pelissari. Das ist natürlich hier unser Goldesel, da habe ich alles reingesteckt. Jetzt starten wir rein in das erste Rennen, UAE-Tour. Wir haben überwiegend Bergfahrer mit am Start, das heißt Pelissari hat auch das erste Ziel, UAE-Tour wird er gleich sein vorm Höhepunkt erreichen. Und dann möchte ich natürlich bei Tireno um eine Top-Platzierung mitfahren, besser als in der letzten Saison. Wieder eine Etappe gewinnen und in der Gesamtwertung weit vorne landen bei der UAE-Tour. Wird es schwer, in den Sprints mit Sanoncello was zu reißen. Wir haben nicht besonders gute Anfahrer. Aber ich nehme den hier einfach mal mit, weil wir natürlich viele Flachetappen haben. Und auch ein Mannschaftszeitfahren dafür, das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb ich hier Max Schachmann noch reingesetzt habe, dass der beim Mannschaftszeitfahren ein bisschen aushilft. Ansonsten soll der eher halt ein bisschen später in der Saison auftrumpfen. Also wir setzen schon mehr auf die Gesamtwertung bei der UAE-Tour. So ehrlich muss man sein. Ich versuche einfach mit Sanoncello, so gut es geht. Irgendwie Ergebnisse einzufahren. Aber hier zum einen gegen so eine große Konkurrenz und mit Null Anfahrern. Also Max Schachmann ist so der Beste, der sich für sowas eignet. Da kann man nicht viel erwarten. Hier seht ihr mal unser neues Trikot. Also mir gefällt es, habe ich euch schon gesagt, so in dunkelblau. Eigentlich ein ganz cooler Style. Können wir jetzt vielleicht Sanoncello mal ans Hinterrad von Ben Groves bringen. Das versuche ich einfach mal. So. Schachmann. Junge. Geh doch weg. Block doch nicht deinen eigenen Teammate vom Hinterrad von Groves hier weg. Ja gut, das hat jetzt so mäßig geklappt, dem zu folgen. Vorne betteln ist welcher Out. Deli, Merlier und Jakobsen. Merlier gewinnt. Und Sanoncello, ja, landet im Niemandsland. Also aufs falsche Pferd gesetzt. Zwischenzeitlich dachte ich, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Aber Groves ist halt auch viel zu spät gestartet. Platz 23. So, jetzt geht es ans eingemachte Mannschaftszeitfahren. Ja, die einzige Devise ist Schadensbegrenzung. Also Schachmann könnte wahrscheinlich alleine sogar schneller fahren als mit den ganzen anderen hier am Hinterrad. So ein bisschen übertrieben gesagt. Die Zeitfahrwerte rangen so von 60 bis 65 bei allen anderen Kollegen. Und Max Schachmann mit einer 75 ist da eindeutig der Beste. Ich habe die anderen aber nur auf so ein paar Sekündchen eingestellt. Hier zahlen auch nur 60 und negative Formen. Pellissari kann auch nicht Zeit fahren, aber vielleicht so ein bisschen mehr dazu beitragen. Einsatz sollten wir vielleicht noch mal in die Höhe schrauben. Gehen wir mal auf eine 89. In der Hoffnung, wir dürfen natürlich auch nicht zu schnell fahren, dass hier die anderen noch folgen können. So könnt ihr auch mal ein bisschen was von unserem Team sehen, wie die hier so durch die Reihen rotieren. Und ich bin tatsächlich auch mal auf Donnt in dieser Saison gespannt. Das sind so die Werte. Also ich finde, der hat ganz gute Anlagen. Klar, der wird jetzt hier nicht großartig was reißen. Aber Zeitfahren mit einer 65 angefangen. Regeneration mit einer 68. Also wenn er sich überall noch mal hier und da so ein bisschen verbessert, glaube ich kann das ganz gut was werden. So, 5 Kilometer haben wir noch. Max Scharmann wird gleich übernehmen und uns dann in Richtung Ziel befördern. Und naja, Pellissari müssen wir halt behalten. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. So, Zahn und Schello und Donnt klinken sich jetzt hier mal aus. Ist aber nicht schlimm. Solange wir einigermaßen genügend Leute durchs Ziel bringen, sollte das am Ende reichen. Ja, der fünfte kommt rein mit 1,13. Am Ende gewinnt das Team UAE in der Zeit von 19 Minuten 28. Und wir haben glaube ich 1,22, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, Rückstand. Jawohl, 22 bestes Team oder viert schlechtestes, wie auch immer man das nennen will. Ist okay. Also da kann man nichts anderes erwarten. Verglichen auch mit anderen Teams haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit verloren. Dafür ist halt unser Squad einfach zu schlecht. Insbesondere im Zeitfahren. Schachmann hat es schon ein bisschen rausgerissen in der Hinsicht, muss man sagen. Da haben wir halt nicht viel mehr. Jetzt geht es das erste Mal berghoch zum Jebel Jais. Da haben wir durchaus ganz gut was zu bieten. Ein paar Leute im Vorhöhepunkt. Mal gucken, ob wir da vorne mitfahren können. Michael Bjerg hat übrigens die Gesamtführung übernommen. Da natürlich zu dieser Zeit, so Ende Februar, Anfang März, einige Rundfahrten sind. Gleich auch noch Tireno und Paris-Nizza. Ist die Konkurrenz jetzt auch nicht riesig. So ehrlich muss man sein. Selbst Pellissari gehört schon zu den Top 10-Kandidaten, muss man sagen. Ayuso sicherlich hier der Top-Favorit auf den Gesamtsieg. Wir versuchen mal in eine Ausreißergruppe zu kommen. Hier sieht man auch, die Rollen bei UAE sind klar verteilt. Michael Bjerg, scheiß aufs gelbe Trikot. Der muss trotzdem knechten. Von Anfang an. Das ist der erste, der fahren muss. Oh, ist das auch richtig fies, ne? Noch nicht mal da muss dann hier Christen zuerst oder sonst wer, sondern Michael Bjerg ist der erste, der auf dem flachen Engelb hinterherfahren muss. Das ist schon fies. Das ist schon fies. Nicht mal ein bisschen Stellenwert, nicht mal ein bisschen Anerkennung geben, die dem in der Hinsicht. Wir versuchen in die Gruppe zu gehen mit Sanoncello. Ja, hätte ich ein paar Sprintpunkte vielleicht gesammelt, aber so richtig ist man da noch nicht mit zufrieden. Die Abstände in der Gesamtwertung sind natürlich nicht so groß. Nur im Sekunden- oder so ein, zwei Minuten-Bereich höchstens. Am Ende bleiben hier nur so Überreste aus einer Ausreißergruppe. Martinelli wird zweiter beim Sprint. Also es sind nur noch drei vorne, aber selbst die haben sich komplett auseinandergenommen. Ich hatte mal so drauf spekuliert. Wenn wir mit einem Bergfahrer in die Gruppe kommen, vielleicht weit bis in Richtung Ziel, aber das wird nachher eh bei der UAE-Tour immer so ein Bergauf-Sprint. Das habe ich glaube ich noch nie erlebt in-game, dass da mal ein Ausreißer durchkommt. Noch knapp 13 Kilometer. Wir sind jetzt drin im Schlussanstieg hinauf zum Jebel Jais. Ja, alle zwischenzeitlichen Ausreißer wurden eingeholt. Und jetzt nimmt das Ganze so seinen Lauf, wie das meistens ist. Ein langes Ausscheidungsrennen, wo wenig passiert bis spät nach oben. Ich bin das Ganze von vorne jetzt mal hier angegangen. Wir haben immer noch das Ganze Feld beisammen. So, vielleicht reduzieren wir hier jetzt mal ein bisschen, weil sonst geht uns glaube ich gleich die Puste aus. Vorne passiert Wendrame das Tempo. Jetzt wird aber wieder rausgenommen so ein bisschen. Naja, Adria übernimmt. Alter, so schnell bin ich eigentlich gar nicht gefahren. Weiß ich nicht, wer jetzt meinen Kollegen da so den Stecker gezogen hat. Warum das jetzt so extrem ist. Aber ich glaube, naja, die Zähigkeit unserer Bergfahrer ist halt, sagen wir mal, verbesserungswürdig. So, dass selbst hier die, früh die Segel streichen lassen, Schachmann. Ja, negative Form. Das wird nichts. Ja, Pellisari ist gleich alleine auf den letzten Metern. Wir müssen da ein bisschen haushalten. Dann gucken wir doch mal, was die Konkurrenz so macht. In Form von UAE. Mikkel Biak ist sicherlich nicht mehr mit dabei. Der musste ja auch schon ganz schön arbeiten. Jetzt übernimmt man hier. Crossiert ein bisschen das Tempo. Ayuso. Da wird doch bestimmt gleich von dem nochmal was kommen. So, auf den letzten Drücker. Während hier Pellisari ein bisschen durchgereicht wird. Ist gar nicht unbedingt so verkehrt. Der soll zusehen, dass er einigermaßen zu der Gruppe mit dazugehört. Mal gucken, wie groß da die Abstände sein werden. Wir fahren das Ganze mal von hinten ein bisschen auf. Ayuso, Thomas. Ja, Ayuso kann nicht mehr. Kevin Thomas scheint hier am Ende das Ding zu gewinnen. Jawohl. Vor Ayuso, Simon K. und Georg Steinhauser. Und dahinter kommt dann auch schon Pellisari. Gar nicht mal so schlecht. Pellisari, Lopez und so weiter. Ja, aber die werden vielleicht auch alle als ein Feld gewertet. Platz 6. Ja, es gibt doch noch durchaus mehrere Zeitabstände. Also alles in allem schon eine gute Leistung von Pellisari. Muss man sagen. Wir haben auch mal ein bisschen Sichtbarkeit für unseren Sponsor bekommen. In der Gesamtwertung sind wir schon noch ein Stück zurück aufgrund des Mannschaftszeitfahrens. Aber ich sag mal so in Richtung Top 10 halbe Minute, bisschen mehr. Ja, also so vielleicht kann da in die Richtung noch was gehen. Ayuso aufgrund des Mannschaftszeitfahrens hat jetzt hier die Führung übernommen von seinem Teammate. Etappe 4 wird wieder ein Massensprint. Wir haben hier interessanterweise sieben Kilometer vorm Ziel eine Sprintwertung. Wo wir jetzt so die größten Sprinter mal drauf gehen. Sollen die sich da doch austoben? Nehmen die jetzt komplett wieder raus oder fahren die weiter? Das wäre auch mal interessant. Das wird jetzt größtenteils hier wieder aufgerollt. Und dann geht es direkt in die Sprintanfahrt rein. Wir sind zwar gut platziert, aber dafür habe ich jetzt zu wenige Leute. Heute aber immerhin alle mit guter Tagesform. Naja, solange wir in Front sind, ist das okay. Da werden wir jetzt ein bisschen überrollt. Aber das macht nichts. Mal gucken, inwiefern wir Zahn und Schällo in eine gute Position bringen können. So, Schachmann bleibt hier auf der rechten Seite. Bitte nicht blocken. Bitte nicht wegblocken. Und Abfahrt. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Zahn und Schällo diesmal gar nicht so eine schlechte Ausgangslage, muss man sagen. Recht straight up Sprint, wo wir auch mit dabei sind immerhin. Am Ende gewinnt Koi. Ne, Dili ist es sogar. Aber Zahn und Schällo landet auf Platz 8. Solide. Bin ich mit zufrieden. Hinter Cavendish, vor Gaviria, Kronewegen und so weiter. Top 10 Platzierung, das ist gut. Da sehen wir das Ganze nochmal. Natürlich von vorne ist immer alles so auf einem Pulk. Aber hier außen kommen wir gleich ins Bild. Ich hatte überlegt, ob ich nochmal wieder ans Hinterrand gehe von Kronewegen. Hab es jetzt mal gelassen. Ne, Etappe werden wir im Sprint hier nicht gewinnen. Das ist unrealistisch. Ist es denn realistisch, sich mit Palisari hier auf so einer komplett flachen Etappe in der Wüste Bonussekunden zu holen? Zumindest vielleicht bei der ersten Sprintwertung. Jungs, ihr seid in der dritten Reihe. Könnt ihr jetzt bitte? Hier, los. Ähm, selbst so eine Aktion. Jetzt wird der von Tarling ausgebremst. Joshua, Tarling ist aber auch einfach so ein Bulle, ne? Das wird denen doch gleich wieder nicht schmecken. Ne. Äh, UAE fährt da doch schon hinterher. Äh, ich glaube, ne, 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 das wird nix. Aber wenn wir ganz am Anfang weggekommen wären, das ist immer noch so, bevor die KI wirklich reagiert, hätte das klappen können. Aber da wurde er leider etwas ausgebremst. Martinelli ist natürlich nur so als Co-Pilot gedacht. Es gibt 6 Sekunden und das könnte am Ende schon eine Rolle spielen. Denn wir haben nur noch eine Bergetappe, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und da sind die Möglichkeiten begrenzt. Also wenn ich jetzt hier mit Pelissari über eine Ausreißergruppe Bonussekunden holen könnte, wer ist denn hier jetzt so gefährlich? Was stört denn jetzt UAE an diesen drei Fahrern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann nehme ich halt wieder raus mit Martinelli. Ich versuche es jetzt gleich mit Pelissari. So. Gucken wir mal, was dann passiert. Also mir ist auch scheißegal, wer jetzt mit ausreißt. Ich will einfach nur 6 oder 12 Sekunden Bonus idealerweise holen. Das ist so das Ziel. Ja, aber es ist egal, wer hier ausreißen will. UAE hält die alle an einer ziemlich kurzen Leine. Da seht ihr es. Auch diese drei werden jetzt hier wieder eingeholt. 15 Kilometer haben wir noch bis zur Sprintwertung. Wenn wir noch mal ein bisschen vielleicht regenerieren. Fahrt ihr da jetzt auch wieder hinterher? Jo, Pelins dreht auch sofort am Teller. Aber ich glaube, die Zwischensprints gehen auch an die Sprinter. Da kann man nichts machen. Le Mans, Davy und Niklas Larsen haben sich zwischenzeitlich mal ein bisschen abgesetzt. Aber mehr ging da auch nicht für die Ausreißer. Schachmann ist jetzt hier so ein bisschen abgetrennt. Und Covili da vorne. Ich muss, glaube ich, meinen kleinen Sprintzug nochmal neu ausstellen. Und hier irgendwie so auf der rechten Seite rausfahren. So, und zwar mit Martinelli, dann Schachmann und Zahn und Schello. Das sieht alles doch wunderbar aus. Also verhältnismäßig. Sofern das eben hier geht mit jemandem, der Ebene 64 hat. Max Schachmann. Der ist schon ein bisschen besser. Der ist stehfester. Das kann man schon sagen. Ah, Zahn und Schello wird so ein bisschen hier außen überrollt. Ich sprinte mal los. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Da wieder rauszuleben. Ich versuche das einfach mal so. Und jetzt aus einem stehenden Tempo Dainese folgen. Und der nimmt raus. Ich hasse es. Es ist nicht zu glauben. Also das war zwar ein bisschen Stückwerk. Oh, Merli hat gerade noch gewonnen. Aber wenn Dainese weitersprintet, haben wir voll die guten Karten. Also, als hätte er es gewusst. Das will ich mir jetzt kurz nochmal angucken. Also hier Zahn und Schello. Wir sind ein bisschen eingebaut. Zu weit hinten. Alles schön und gut. Okay, Dainese ist auch nur der Anfahrer für GMI. Ja, gebe ich zu. Das war auch nur so improvisiert. Am Ende hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber dann fange ich einfach mal an. So, gute, bessere Ausgangslage. Hängen uns hier hinten dran. Und, ja okay. Scheiße. Hätte ich auch sehen können. Dainese ist hier der Anfahrer. GMI geht gerade auf der anderen Seite raus. Okay. Und jetzt hätten wir alleine fahren müssen. Ja, schade. Aber in Ansätzen gar nicht so schlecht. Wo ist eigentlich GMI gelandet? Auf Platz 5. Nach dieser Anfahrt seines Teams. Ganz passabel. Aber gegen Meerlier ist hier kaum Kraut gewachsen. Vorletzte Etappe. Somit die letzte Chance für die Sprinter hier nochmal was zu reißen. Wir haben diesmal hier im Ort ein bisschen UAE-Tour untypisch. Eine etwas schmalere Straße. Sonst hat man ja wirklich so richtig, richtig breite Anfahrten. Er ist jetzt ein wenig schmaler. Was auch schon zu Problemen geführt hat. Aber wir wechseln hier mal gekonnt die Straßenseite. Das hat Olaf Koi auch gerade getan. So. Nehmen wir uns das Hinterrad von Olaf Koi. Das ist die Frage. Wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Koka hat auch immer eine gute Figur abgegeben. Thema in Richtung Brian Koka, muss ich sagen. Yo. Gute Entscheidung. Jetzt sprinten wir los. Zanoncello mit einer nicht so schlechten Ausgangslage. Zanoncello hier mitten dabei im Getümmel. Am Ende geht ihm so ein bisschen die Power aus. Gaviria gewinnt. Zanoncello landet auf Platz 10. Ja. Schöner Sprint. Nochmal eine Top-10-Platzierung. Also Achter und Zehnter. Damit wäre das Team in echt zufrieden. Ich hatte es übrigens auch auf der Etappe eben versucht. Nochmal mit Pellisari Sekunden bei den Bonus-Sprints abzuräumen. Hat auch nicht geklappt. Also kommt jetzt hier alles auf den Showdown am letzten Anstieg an. Jebel Hafid. Bis dahin alles komplett flach. Und dann mittelgebirgig hoch. Der ist kürzer, aber dafür schwerer als der Jebel Jais. Noch 12 Kilometer. Die Sprintwertung haben wir hier jetzt erledigt. Und Zanoncello führt uns rein in den Anstieg gleich. Ja, da wir gesamtwertungstechnisch unter Zugzwang sind. Ja, wir sind zwar ein Pro-Conti-Team. Aber naja, mit Pellisari 78 Mittelgebirge. Nur 18. in der Gesamtwertung. Das ist zu schlecht. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Also wir sind unter Zugzwang und wollen noch nach vorne. Deswegen werden wir hier von Anfang an auch den Takt angeben. Und das Ganze offensiv von vorne gestalten. Der Anstieg ist nur so 9 Kilometer ungefähr lang. Hier seht ihr auch mal, wie steil das Ganze ist. Also da werden wir gleich noch einen Abschnitt haben von zweistelligen Prozentzahlen. Und der Harte Spanking Fifissima Mountain Train wird hier aufs Gleis gesetzt. 6,5 Kilometer. Hier kommen wir in den steilsten Abschnitt. 11 Prozent. 12 Prozent. Offen. Dem Wind leicht ausgesetzt. 20 kmh. Das Feld ist schon recht lang gezogen. So, Dont hat einen guten Job gemacht. Der kann sich ausklinken. Bitte ohne, dass du deinen Teamkollegen völlig in die Parade fährst. Auch Schachmann. Das war nur ein kurzer Stint. Ja, 90 ist vielleicht auch ein Fehl des Guten. Aber wir müssen ja. Wir müssen ja was versuchen. Wie sieht es hier aus? Das Feld schon irgendwie auseinandergebröselt. Boah, sehr wenig. Zu wenig für meinen Geschmack. Und weit ist es nicht mehr. Drei Kilometer haben wir noch. Drei Kilometer haben wir noch. Aber so langsam. Ja, jetzt trennt sich hier mal die Spreu vom Weizen. McNulty ist am Start. Zambanini macht einen guten Job. Das wird so das Duo sein. Dieses Tandem Zambanini als Edelhelfer für Pellisari. Was ich auch beim Giro haben will. So, jetzt haben wir Nini. Knetet hier jetzt nochmal quasi alles heraus. Für den letzten Kilometer. Ja, Martinelli und Co. Die interessieren mich jetzt eigentlich weniger. Kann sich Pellisari da durch den Sieg holen. Oder kommt da noch jemand vorbeigesprintet? Das reicht. Yes. Es reicht für den Etappensieg. Plus Bonussekunden. Dahinter kommt McNulty. Und dann, ja, quasi das ganze Feld. Also viel Zeit haben wir nicht aufgeholt. Da sind eigentlich 80 Mann zusammen. Aber geil, Mann. Etappensieg. Schön Teamstärke und Formhöhepunkt ausgespielt. Etappe gewonnen. Ein paar Sekunden. Bisschen Bonus. Also ein bisschen was werden wir aufholen. Es sind aufs Hauptfeld 14 Sekunden. Plus 10 Bonus. Das heißt am Ende, ja, leider muss man sagen, ein bisschen enttäuschend vom Gesamtergebnis. Aber zu viel hängt an dem Mannschaftszeitfahren. Und da haben wir einfach zu wenig Leute, die was können. Aber nichtsdestotrotz werte ich das als Erfolg. Denn Pellisari hat eine Etappe gewonnen. Das ist viel wert. Hier werfen wir noch einen Blick auf die anderen Trikots. Das ist aber nichtsdestotrotz schon mal ein Worldtour-Sieg. Das ist ein dickes Plus für uns. Auch gegenüber unserem Sponsor. Der ist hier zwar mit der Sichtbarkeit nicht so ganz zufrieden. Weil ja, das Endergebnis nachher etwas unzufriedenstellend ist. Aber der Etappensieg überwiegt für mich. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2024. Bis dahin. Ciao.